Wir betreten einen neuen Kurs. Kurs 2. Wumms. Wuchtweil. Und die erste Mission. Wumms. Ja, genau. Wumms. Eine sehr hilfreiche Missionsbeschweinung. Na, Yoshi. Wirst du... Yoshi. Danke. Bleib oben. Vielen Dank. So. Wer jetzt so schlau ist, guckt sie ab. Dann spart man sich die ganzen Piranhas und so. Gut. Hallo König Wurm. Hattest du nicht genug in Super Mario Galaxy 2? Und es ist genau derselbe Text. Falsche Toaster. Ach. 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 okay das war der erste stand dieses mann kurses obwohl wir haben ja jetzt erst angefangen also gut bis zum nächsten mal und schau natürlich speichern und